In diesem Video schauen wir uns an, wie man relativ einfach und natürlich auch kostenlos Fahrplan-Mods installieren kann, so dass man zum Beispiel seine Lieblingsfahrzeuge auf noch mehr Strecken fahren kann, es einfach realistischer wird oder man zum Beispiel auch eine Strecke, die ehemals für 1992 gebaut wurde, in das Jahr 2024 portiert. Wie das Ganze geht und am Ende auch meine Lieblings-Mods gibt es in diesem Video. Viel Spaß! Um jetzt im ersten Schritt den Fahrplan-Mod herunterzuladen, gehen wir hier oben in die Suche und geben ganz einfach ein Train Sim World und dann Mod. Sollte dann auch für weitere Teile, also zum Beispiel Train Sim World 5 funktionieren und dann nehmen wir direkt schon den ersten Link hier einmal runter und dann seht ihr hier schon Timetables und jetzt seht ihr alle hier aktuell verfügbaren Fahrpläne, die man für Train Sim World 4 beziehungsweise auch Train Sim World 3 herunterladen kann. Insgesamt ist das auch relativ breit gestreut, also wir haben hier sowohl englische Linien als auch amerikanische Linien und auch einige deutsche, beziehungsweise hier auch die Arosa-Linie. Ich entscheide mich jetzt hier erst einmal für die Nidlertal-Modern-Timetable. Die wurde ja ehemals für 1992 gebaut, hatte ich ja vorhin schon als Beispiel angebracht. Dann könnt ihr das hier erst einmal durchlesen, also was es alles für Features gibt etc. Hier rechts gibt es auch noch ein paar Daten, sollte aber alles kein Problem sein und dann müsst ihr zuerst diese Requirements hier runterladen. Das sind größtenteils einfach Lackierungen, also die beiden hier oben und natürlich auch die Strecken an sich, die ihr benötigt, also in dem Fall die Maintal-Bahn und logischerweise die Nidlertal-Bahn. Jetzt müsst ihr euch erst einmal alle Sachen hier runterladen, also einmal das hier, das hier und das hier. Nachdem ihr jetzt alle Dateien einmal zusammengezogen habt, beziehungsweise die ZIP-Datei hier von der Webseite erst einmal entpackt habt, sollte es ungefähr so aussehen. Also in dem Fall sind das drei Mods, die wir jetzt in das TransimWord 4 Verzeichnis hinzufügen müssen. Dieses findet ihr ganz einfach heraus, indem ihr jetzt hier erst einmal auf Steam oder irgendwo anders auf TransimWord 4 geht, dann auf dieses Einstellrädchen und dann auf Eigenschaften. Hier oben habt ihr jetzt eure Festplatte, ihr könnt jetzt einfach auf Durchsuchen gehen. Jetzt habt ihr hier schon ein Fenster und jetzt brauchen wir nochmal das andere Fenster mit den Mods. Und jetzt ganz einfach gehen wir hier rein, dann ein TS2 Prototype, Content, DLC und hier muss es jetzt rein, ihr seht es gerade zufälligerweise schon an erster Stelle. Also die hier drüben einfach mal reinziehen, bei mir sind sie jetzt in meinem Fall schon da. Da ich die Mod natürlich schon mal ausgetestet habe. Jetzt ist der Installationsprozess an sich auch schon abgeschlossen. Das könnt ihr ganz einfach überprüfen, indem ihr hier auf die Strecke geht. Nidderteilbahn, Fahrplan und jetzt seht ihr hier schon Nidderteilbahn modern, den haben wir gerade heruntergeladen und hier auch den alten von 1992. Und jetzt seht ihr zum Beispiel hier, dass man die Baureihe 642 fahren kann, also den Tessiro, natürlich in der entsprechenden Lackierung, die wir eben vor uns auch heruntergeladen haben und trotzdem weiterhin die beiden anderen hier. Allerdings könnt ihr das ja wie gesagt immer einfach in der Beschreibung durchlesen, da steht dann, welche Fahrzeuge für die Strecke passen. Allerdings läuft natürlich auch bei Fahrplan-Mods, ähnlich wie bei Daftair Games, nicht immer alles rund. In dieser Mod gibt es jetzt zum Beispiel den Fehler, dass wenn ihr ab Stockheim fahrt, mit der Baureihe 642, dass die dann anfängt automatisch zu bremsen. Hier können wir das jetzt direkt schon einmal beobachten, also hier links oben zieht es jetzt automatisch runter, obwohl wir eigentlich auf 0% Traktion sind. Und laut dem Entwickler scheint es daran zu liegen, dass hier die Baureihe 642 anscheinend irgendwie doppelt spawnt oder so und dass das Gewicht dadurch natürlich deutlich schwerer ist und die deshalb zumindest in die eine Richtung von alleine bremsen. Man kann das auch relativ einfach umgehen, indem man einfach bei einer anderen Station einsteigt, also zum Beispiel jetzt in dem Fall sagt, wir beginnen zu Fuß ab Glauberk, dann sollte dieses Problem hier nicht auftreten, nur wenn ihr wirklich von der Starthaltestelle Stockheim startet. Kommen wir auch direkt einmal zu den Mods, die ich empfehlen kann. Ich meine, viel Auswahl gibt es ja auch von den deutschen Strecken hier nicht. Wir haben einmal Bremen-Oldenburg, Köln-Aachen und die Nidder-Teilbahn. Also was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist einmal natürlich Bremen-Oldenburg. Der wurde jetzt erst ganz frisch gemacht, also hier Last Updated vor zwei Tagen. Dann haben wir auch den Köln-Aachen-Fahrplan, den finde ich sehr interessant, da man dort jetzt sehr viele Fahrten machen kann, unter anderem auch mit dem IC1. Also wie gesagt auch wieder sehr gut umgesetzt. Und dann haben wir natürlich auch noch hier die Nidder-Teilbahn, auf der wir gerade unterwegs sind. Und ich muss sagen, obwohl die hier eben diesen kleinen Bug hat mit dem automatischen Bremsen, ist das einfach ein sehr, sehr, sehr schöner Mod. Weil ich glaube, das wünschen sich einfach sehr viele Spiele, dass wir mit den modernen Fahrzeugen, also jetzt in dem Fall der Baurei 642, sogar in Dreifachtraktion, da wir hier anscheinend im Berufsverkehr unterwegs sind, einfach mal auf Nebenstrecken unterwegs sein kann. Hier sehen wir es ja auch, eigentlich die perfekte Atmosphäre, die sich so, so viele Spieler wünschen. Und die wir hier mit dem Timetable zumindest annähernd umgesetzt bekommen. Natürlich, die Strecke ist immer noch das Gleiche, also zum Beispiel Zugzielanzeigen etc. funktionieren nicht, beziehungsweise es sind auch noch die alten. Aber was ich auch sehr interessant finde, da müssen wir mal kurz den Zug hier anhalten. Ja, ich weiß, das macht man eigentlich nicht. Und zwar diese Anzeigen, die oben funktionieren. Das wurde anscheinend auch von dem Entwickler so umgesetzt. Jetzt ist gerade hier kein Ziel. Keine Ahnung, wahrscheinlich war wir noch nicht stehen. Aber sonst ist das auf jeden Fall sehr schön gemacht, eben wie in Realität hier mit dem modernen Design. Ja, also ich glaube, ich kann sagen, dass es sehr gut umgesetzt ist. Allerdings findet ihr natürlich auch wie immer in der Beschreibung. Und schaut sonst auch gerne mal in die Kommentare von den Mods. Da steht dann meistens schon, wenn es irgendwelche Probleme gibt oder es steht auch direkt in der Beschreibung und wie ihr sie, falls zumindest möglich ist, umgehen könnt. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo auf diesem Kanal da, um auch die nächsten interessanten Videos nicht zu verpassen. Und schreibt natürlich auch gerne Feedback in die Kommentare zu diesem Video. Und falls ihr es noch wissen wollt, was meiner Meinung nach die schönsten Repaints für Train Sim World 4 sind. Und ich sage schon mal so, das hier gehört nicht mehr dazu, obwohl es schön ist, aber da gibt es noch einige, die noch ein ganzes Stückchen besser sind. Dann schaut euch gerne das obere Video an oder das automatisch ausgewählte unten. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ciao!